Yo was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem Video hier auf meinem Kanal und wie ihr seht haben wir 2200 FIFA Points aufgeladen heißt wir machen heute ein Pack Opening die leute die es noch nicht wissen das team sieht krank aus sieht mega heftig aus wir haben hier Info, Neymar, Lukaku Quaresma, Payet, Eriksen, Walker, Bravo Der Rest geht gar nicht, ok Gnabry, 3, ah ist schon krass hier noch Hector, Bollasi, Depay und so'n scheiß also für die leute die es noch nicht wissen ich habe hier so ein Team das ist ja mein erstes FIFA Video, ich weiß nicht wie ich das Video machen soll das ist auf jeden Fall mein Team Info, Kalou Dembélé Coman Niklas Stark, ja mein Lieblingsspieler an sich, Hertha, hier die drei Hertha hier Mitchell Weiser, Pierre Schellbrett Frey Fährmann Heichner Horn Jonathan Thal und so als München und ja äh könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wie euch das Team gefällt an sich und ich kann es gar nicht mehr erwarten ich weiß nicht ob ich drauf machen soll ich glaube aber nicht wir werden jetzt die 7K 5K Packs erfüllen oder so ein krasses Sets raus, nein eben nicht Jut, dann let's go Erstes Pack lädt nicht lange, wen haben wir hier drin so ein bisschen so wear und wir ziehen Kalgawa im ersten Pack Kalgawa äh wieso nicht, kann man mal mitnehmen, der ist gut für mein Team würde ich mal sagen hier haben wir die ganzen Fitness und so mit ja 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 sorry wenn ich hier mal ein bisschen nach den Spielern gucke wie viel der noch wert ist weil äh wir den ganzen Squadbring Challenge, das würde ich euch Leute das würde ich euch auch ähm Raten, dass ihr euch wirklich mal jeden Spieler anguckt durch die ganzen äh Challenges halt aber naja, komm machen wir jetzt weiter Watt, ah, das hat ja für Münzen, nicht dumm So, 154 Points lädt auch wieder nicht lange, manius Not wear, alles klar Ich möchte einfach nur verdammte Scheiße Was hat er denn für Frisur? Ja Vielleicht das Mittelfeld zurechtet fällt, kann man auch mal mitnehmen Den Rest können wir wieder abstoßen Scheiß jetzt drauf, ist mir real So Let's go, komm gleich weiter Es lädt nicht lange, wir skippen Mann, das soll das, ich möchte einen Workout ziehen Salah, oh, der ist glaube ich noch was wert Spielerheilung, LFCM, bla 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 Kann man mitnehmen Jetzt gucken wir mal, der war doch erst in Form glaub ich Jura, ja, 850 Mach mal einen Schnellauf So, der ist wieder weg Jungs, ich weiß nicht, ich will einen Workout ziehen So, jetzt ein Nosepack Mann, ich will skippen Ey, es lädt nicht lange Was ist denn das für eine Kacke hier? So, Verträge, Fitness Oh, 1.000 Münzen Hier 1.000 Münzen ist mein erstes Pack, aber ich weiß es nicht Sarko ist das wert? Oh man, 700 Hier wird nicht geboten, ich dachte, es ist jetzt hier noch was wert Ah, naja Dann machen wir ihn erst mal auf die Transferliste, weil wir brauchen ja nicht So, den Rest wieder weg Wir öffnen einfach schnell die Packs Hat ein bisschen den Laden, aber es ist kein Workout Guck mal an, wenn ich das mit dem Feld Magidi, mit seinem Magidi Spin Der Dumme So, gucken wir mal, ob der was wert ist Natürlich nicht Das wäre alles so Und Freepack, nice Verträge set Alles klar Brauche ich auf jeden Fall Ist wichtig Total So, man Komm gleich Man, es lädt nicht Ich will einen Workout haben Ich ziehe nur Scheiße hier wieder Es war so La Sorge Füssig Gleich weg, weg, weg Weg, alter Gleich Raus, raus La Sorge Den könnt ihr mir auch, den schenke ich EA, komm Bad, diga Piss dich, alter Piss dich, muss ich So, gleich weiter Hab ein bisschen den Laden Ja, oh my god Not where Nice, Junge Danke, EA Danke, man Fritz Äh Schalke-Trikot Das kann ich nicht abstoßen Außer mit So, gleich Das nächste Pack Nichts Wieder Alter Ich hasse So, halt Man, was ist hier los Oh, haben wir hier die Darby gezogen Ja Äh, wie viel geht der weg hier Ja, ja 900 So circa Dann machen wir erstmal auf dem Transfermarkt Hier ist er je wert Sehr dumme Sorry, wenn ich gucke Aber Besser als Abschlusspreis Höchstens haben wir hier 11k Münzen Scheiß drauf Oh mein Gott Bin ich dumm Oh mein Oh Ey, ich bin Oh mein Gott, Digga Ey, gerne habe ich gerade so, ne Es ist Nicht zu fassen Ey, ich bin so Alter Ich bin so verdammt dumm Alter Meine Fresse Ey Mehr dumme Idee Ja, ne Markus Ey, du bist so Moslem Ey, du bist so ein Moslem Es gibt die ganze Scheiß hier nur noch Ein 86er Markisio Was Man, ich kriege hier so viele Münze in die Größe Ich hätte hier schon wieder 15k, Mann Ne, ich bin wieder so dumm Ey Das wissen, was es wert bei Kisio Na schon sechs Jahre Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Geil 65k Oh mein Gott Oh, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade freue Oh mein Gott Ja Nice Er ist wenigstens was wert Ey, guck mal mal ganz kurz, wie viel er noch hoch geht Oh mein Gott, Digga Nice Seit wann ist Markisio so viel wert? Geil Ja Nice 66k geht ja jetzt schon weg Alter So, mal gucken Ich mach die neue Rhef 70k rauf Oh mein Gott Ja 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 Nice 86er Markisio Packen wir uns erstmal hier auf die Transferliste Oh mein Gott, Digga Nice Das nenne ich mal Lack oder Scheiße Ey, endlich einmal Lack, hier habe ich mit Markisio Lädt schon wieder nicht lange Bis durch Uri Lelana Wer ist er wert? Naja, kann man mal machen Transferliste rauf Oh shit, Alter Vielleicht denken sich gerade alle so Hä, Digga, wieso freu ich sich über den? Leute, knapp 70k Ist für mich viel, ganz klar Es lädt nicht lange, Alter Gib mir mal einen Walkout, die Bastarde Tschüss, ist er denn, Alter Naja Ja, die klassischer Derbys, der Höhe So, weg damit So Mann, hör doch auf, gib mir was Gutes Digga Na, halt mit hier Die tausend müssen, ich kenne die Knapp sind nicht aus, aber So Er wäre nicht so schlecht, dass der eigentlich als Rechtsverteidiger Nö, pisse dich Oh mein Gott 70.000, Digga Hä, was? So, Jungs, es ist das letzte Pack und let's go Schon wieder nur Scheiße, lass doch durchlaufen Nice, danke, yay Pekarek, Junge Da, Mann, Junge Da ist er, da ist er, da ist er Der Pekarek Nice Leite Der sieht üblich aus Von den Sets her Aha Wahrscheinlich Pekarek geht mit Klar, Hertha Spieler Ja, sollte die liegen, das ist ja, also Haha 7 und 5 mache ich jetzt nicht auf, keiner noch mal das Verträge, Set aufmachen Sorry Jungs, aber Naja, schade Wurde er jetzt halt nichts mit dem Workout oder keine Ahnung was Aber wir haben Marquiso gezogen, gucken wir mal auf der Transferliste Jungs, Marquiso Oh no Oh, ist Alarm für 850 weggekriegt Hier ist er Was? Ich hab doch Was ist denn das, ey, das ist doch geil, das ist doch Naja, sag ich ja, knapp für 70k geht der hier weg Ich weiß nicht Alter, das ist doch Das ist doch der Knaller, ey, das ist doch Ach, ne Oh mein Gott, Digga Da geh ich mal auf 68 68 500 machen wir so Oder? Ja Ja, machen wir mal Nice Marquiso, ey Alter Ich erkaufe die Spiele jetzt alle Ich sag auf jeden Fall Ciao Haut rein Bis zum nächsten Mal Leute Ciao